Mit Konterfußball der Extraklasse hat Bayer Leverkusen ausgerechnet bei den so heimstarken Bremern die sportliche Talfahrt gestoppt und Trainer Heiko Herrlich aus der Schusslinie genommen. Die Rheinländer gewannen am Sonntagabend in einem hochklassigen Spiel bei Werder mit 6 zu 2, 3 zu 0, und fügten den Norddeutschen damit die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Trainer Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017 zu. Seitdem war Bremen in der Fußball-Bundesliga in 16 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen geblieben. Für Leverkusen war es nach zuletzt drei Partien ohne Sieg der erste Dreier. Vor 40.400 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion erzielen Kevin Volland 8. Minute, Julian Brandt 38., Karim Belarabi 45., Kai Havertz mit einem Doppelpack 67., 77. und Alexander Dragovic 72., die Treffer für die Gäste. Claudio Pesaro, 60., und Julia Osako, 62., ließen die Gastgeber zwischenzeitlich wieder hoffen. Herrlich hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 2 zu 3 in der Europa League in Zürich gleich auf vier Positionen verändert. So kehrte unter anderem Volland in die Sturmspitze zurück, ein Wechsel, der sich bereits in der achten Minute auszahlte. Nach feiner Vorarbeit von Belarabi brauchte der Nationalspieler im Strafraum aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben. Als Osako den Anschlusstreffer erzielte, bebte das Weserstadion. Die Bremer benötigten eine Weile, um sich vom Rückstand zu erholen. Hinzu kam, dass Kohfeldt sein Team kurzfristig hätte umbauen müssen, weil Abwehrchef Niklas Meusander wegen muskulärer Probleme passen musste. Werder agierte daher in der Abwehr mit Dreierkette mit Sebastian Langkamp, in zentraler Position. und Marco Friede auf der rechten Seite. Umstellungen, die dem sonst so stabilen Bremer Spiel überhaupt nicht bekamen. Da in dem verletzten Philipp Bargfede ein weiterer Stabilisator vor der Abwehr fehlte, wirkte die Defensive der Gastgeber ungewohnt wackelig. Allerdings versäumte es Bayer zunächst, daraus weiteres Kapital zu schlagen und die Partie frühzeitig zu entscheiden. Belarabi 28. und Havertz 29. konnten bei Kontern erst nicht nachlegen. Doch Werder agierte defensiv im ersten Durchgang so indisponiert, dass die Gäste noch vor der Pause durch Brandt und Belarabi scheinbar für die Vorentscheidung sorgten. Nach dem Seitenwechsel brachte Kohfeldt in Publikumsliebling Pissarro einen weiteren Offensivspieler. Und die Einwechslung des 40 Jahre alten Routiniers zahlte sich aus. Nachdem die Bremer zunächst noch eine Schrecksekunde in Form eines Pfostenschusses von Belarabi zu überstehen hatten, ein und 50. sorgte Pissarro mit seinem ersten Treffer für Werder seit dem 10. März 2017 für das 1 zu 3. Auch damals hatte der Peruaner gegen Leverkusen getroffen. Mehr zum Thema Nun war Werder wieder im Spiel und startete angetrieben von den Fans einen Sturmlauf. Als Osaka den Anschlusstreffer erzielte, bebte das Weserstadion wie in besten Zeiten. Die Partie drohte nun zu kippen, doch dann schlug Supertalent Havertz eiskalt zu und beendete mit dem 4 zu 2 den Bremer Schwung. Die Partie war damit entschieden und die Gäste konnten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben. Die PA Die Partie war damit entschieden und die Gäste konnten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben.